ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Jetzt gibt es ein kleines Kader-Update. Van der Brempt und Sebastian Schonlau fehlen auch heute im Training und werden sehr wahrscheinlich gegen Nürnberg am Sonntag nicht dabei sein. Dennis Hatzikadunic, der in den vergangenen Tagen Fieber hatte, verlässt nach 45 Minuten den Trainingsplatz. Emmanuel Ferrai hat seine muskulären Probleme überwunden und mischt im Teamtraining mit. Leihspieler Leo Oppermann steht laut der Mopo vor einer ungewissen Zukunft. Bislang gibt es für ihn nicht wirklich Platz. Marco Johansson hat weiterhin keine Zukunft beim HSV. Zudem gibt es heute auch wieder einige neue Informationen bezüglich der Sportdirektorsituation. Der Aufsichtsrat vom HSV ist weiterhin uneins darüber, ob man mit Jonas Bolt weitermachen sollte oder nicht. Die aktuelle Saison plant er ohne Rückendeckung vom Aufsichtsrat. Viele der bislang angesprochenen Spieler und deren Berater sind aufgrund von Bolts Schwebezustands unsicher, ob der Sportvorstand auch in Zukunft ihr direkter Ansprechpartner ist oder nicht. Keine optimale Basis für kommende Deals. Laut der Mopo ist beim HSV niemand mehr unantastbar. Egal ob Spieler, Trainer oder Sportvorstand. Selbst bei einem Verbleib von Jonas Bolt ist es im Moment unklar, ob Steffen Baumgart HSV-Trainer bleibt. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.